Jetzt haben wir gerne eine Wendung hier zuhause. Keine Artipzahlen. Aber nur das Ende mit uns sind sinnlos. Nutzlos. Verfallen ist das Kruppapier. Und dahin, weil da so ein bloßer drin ist. Wir müssen einander kommen und empfehle ich deinen Namen für dich? Vielleicht machst du es ab? Okay, ich denke nicht mehr. Da 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 da. Alles noch. Hier, ein kleiner Pfeil der Faktion ein. Oh, ne. Tut sich nicht rein. Hier. Man merkt, die Zeichen kommt nur noch ganz lehme. Und los, zeigen wir sie uns. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, dass ich jetzt noch was bieten kann. Ich ziehe mich mal noch rum. Ich schaue keine Zeit, die noch mehr zu kommen. Deswegen... Ich biete doch 50. Da kann ich mich sehen, dass ich halbwegs bei dir noch 50. Oh, ne. Oh, ne. Aber da geht doch nicht. Das ist ja schön. Ne, jetzt würden irgendwie jetzt Laser auf einen schießen. Flamenkind ist Klopapier. Ach ja, schön, bla 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 bla. Hier, Blumen und Hammerbeil. Ich brauch's schon nicht, aber naja. Hab's schon bloß mal in den Zwumen, Hammerbeil, also noch mal. Oh, noch mal außen rein. Oh, der fangt da. Ja, das mache ich jetzt einfach nur ein bisschen. Ah, das andere muss ich nicht. Und da ist es. Und ja, ich bin rund auf der... Das wollte ich eigentlich, ich wollte was gucken. Wenn ich das dir jetzt zerstöre... Vielleicht... Vielleicht... Ist es dann ja weg? Es ist eh nicht. Praktisch. Ich will das bitte haben. So, ja. Das will ich jetzt haben. Ich will das bitte haben. So, ja. Ich will das bitte haben. So, ja. Das will ich jetzt haben. Aber... Ich hab' eine Idee wichtig. Ich kann's nur auf sie schreiben. Also... Also... Ich hab' ein bisschen... Oder... Aber... Ich hab' ein geist gelesen... Ich hab' immer getestet. Äck' hier unkönnen. Stücke-Generationen. Wir haben doch mit 1 und bis level 30 und dann ist keine neue Artikel. Das war ne Freisidee, wenn dieser Sammler über 53 bekämmt. Vielleicht weggehen wir mit dem Super-Strahler auf. Man kann ihn nie wissen. So, irgendwann wird Darkerang aufwachen, deswegen... Könnt' ja so lang sein, so lass' halt was aufwören. Ich könnt' mich eigentlich zurücklehnen. Mag' ich eigentlich nicht. Ich werde einfach wieder aufwacht. Wir sehen die Wurden gerade. Und jetzt bringt er das. Und da ist er. Und gewonnen. Aber kein Schuh, das ging gerade. Ja. Ist bloß gerade aber. Du bist ein Schuh. Sehen dich nicht mehr. Ich hatte einfach mal gesagt. Wer soll sie am Schuhnenbruch gehen? Er wird schon wieder aufwacht. Wer soll sie denn hier? Ich hab schon gehe. Aber das nicht, wenn du hier bist. Ich möchte gleich mal wieder aufwacht. So, dann erzähl ich mir mal, was der Vorfest anscheinend gar nichts, bei dem Pokémon. Weißt du nicht, warum ich Scanner mache? Ja, ich mach's einfach mal. Ich bin forschbar, ich bin forschbar, da hast du vollkommen weiß, und ich liebe es, so böse zu sein. Schuss oder halten, das ist wie Klopapier. Ich dachte, das wäre Klopapier. Ja, jetzt im Ernst, dachte ich, Papier nicht. Dummer war da, össig ist jetzt einfach. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Hör mich, Herr Nick. Ah, Herr Moroso ist es nicht. Nicht. Warum kann das schön nicht so ausflüssig sein? Ich bin so Moroso. Jetzt im Ernst, mal. Hm. Ich hab kaputt, was man sieht. Ich hab kaputt, was man sieht. Hm. Hm hm hm. Urak. So, Spirak gegen Arsmaldo. Spirak gegen Arsmaldo. Mit einer Flamme. Ich hab recht. Ich hab recht. So, einfach was er schafft. Hm, wie immer. So, so. So, so, so. So, so. Ich hab' den letzten Video gesehen, deswegen hab' ich dir auch noch ein Serien. Und mir fällt's halt auch schon unser Spiels an, das ich hab' mir gemacht. Spielt's aus. Let's in die letzte Video. Ich hab' den Video gesehen, ich hab' den Video gesehen, ich hab' den Video gesehen. Japp, ich fahrts anstornen, genau. Eins merkte mir die Facebook-Mall-Desk-Butter. Und jetzt sind seine Werte genial. Ihre Initiative müssen ein bisschen neu werden. Mein Team ist endlich wieder komplett. Ich weiß, dass ich jetzt keine Fähigkeit unterstattet, sondern... ...so drumherum, wer ich brauche, ist ja egal. Achso. Schade, das war schon. Obwohl, hast du da was für mich? Granitstein brauche ich nicht. Nein. Dann hatte wir uns nicht, dass es finalen neue Aufgaben ist. Wie wir jetzt sehen. Ja, perfekt. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Obwohl es so war, ich bin dann überhaupt nicht nur auf. Da, genau, bei Fenster. Einfach, weil ich es kann. Jetzt mache ich das zweite Mal kurz das Speichern und ein Safe-Stake machen. Das werde ich aber nicht sehen. Das mache ich für eine Pause. So, bei dieser Läden steht ab und ab nach unten. So, jetzt muss ich mich durch den Kommen. Das ist das, ja. Das ist das, ja. Das ist das, ja. Das ist das, ja. Denn, das habe ich mir nicht gemacht. Bis jetzt. Mal leben. Hm. Mal zu schieben. Mal zu schieben. Mal zu schieben. Oh, vielleicht. Hm. Egal. ich glaube ich falsch ja pass auf ich hätte es gar nicht so weit hoch liegen müssen scheiße